Ich bin der Alien, nicht irgendein Alien, sondern DER Alien, die One and Only sozusagen. Sicherlich habt ihr euch schon gefragt, wie ein so toller und teuflisch gut aussehender Typ wie ich ausgerechnet auf eurem langweiligen Planeten landen konnte. Und jetzt auch noch hier, noch dazu ganz alleine. Das sind gute Fragen, doch dazu später mehr. Zurzeit wohne ich bei einer äußerst erfolglosen Illustratorin namens Martina Laser, deren Computer ich wieder benutzen darf, um in meinem Blog eine spannende Lebensgeschichte zu dokumentieren. Denn wie jeder echte Hipster habe ich natürlich einen eigenen Blog, weil mein Leben so interessant ist. Und nun bin ich hier, um euch, werte Besucher dieses schönen Ortes, meinen Blog martinchen3000.wordpress.com vorzustellen. Denn dazu ist so ein Blog her schließlich da. Dann fangen wir mal an. Jetzt bin ich hier. Und das kam so. Früher habe ich mich nie einsam gefühlt. Und zwar wirklich nie. Bei uns zu Hause war immer was los. Es war nämlich so voll, dass man buchstäblich noch nicht mal alleine Schein auf die Toilette gehen konnte. Bei einer Einwunderdichte von 17,85 Kopf pro Quadratmeter, und zwar auf dem gesamten Planeten, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Ja, ich gebe es ja zu. Von Verhütung hatten wir bei uns nicht wirklich eine Ahnung. Aber bei einer durchschnittlichen Wurfgröße von 14,5 Kindern alle 18 Monate ist es auch wirklich schwierig, bei den Überblick zu behalten. Könntet ihr euch zum Beispiel schon allein die ganzen Namen merken? Bestimmt nicht bei euren kleinen Gehirnen. Doch ich schäufe ab. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, naja, jedenfalls waren wir viele. Zu viele. Viel. Zu viele. Nachdem sich nicht mehr leugnen ließ, dass unsere Heimat buchstäblich aus allen Nähten platzte, beschloss unsere Regierung, sich nach räumlichen Expansionsmöglichkeiten umzusehen und schickte mehrere interstellare Raumschöfe los. Was dann zunächst auf eurem verseuchten Planeten passierte? Kennt ihr die Geschichte Krieg der Welten von H.G. Wells? So ungefähr möchte ich euch unseren ersten Besuch bei euch vorstellen. Es war schrecklich. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Und dann nach vielen weiteren Tests und der Erprobung experimenteller Medizin haben sie mich schließlich losgeschickt. Und zwar allein. Sicher ist sicher. Ist es labida? Wie wir alle sterben? So ein interstellarer Flug kann sich wirklich in die Länge ziehen. Ich habe Patiencen gelegt vor lauter Langeweile. Patiencen. Und dabei hasse ich Patiencen. Ich hasse sie. Und dann kam ich hier an. Und es war sogar noch langweiliger als auf meinem Raumschiff. Entsetzlich. Nun war ich also auf der Erde. Und dort war ich zunächst nicht sehr willkommen. Und das trotz meiner offenkundigen Genialität. Glaubt ihr allen Ernstes, ihr seid die einzigen Intelligenten? Haha, dass ich nicht lache. Lebewesen im Universum? Naja, zugegeben. Aufgrund unserer Invasionspläne müsst ihr uns natürlich nicht mit offenen Armen willkommen heißen. Aber ein bisschen mehr Respekt wäre schon wünschenswert gewesen. Denn was als nächstes passierte, war alles andere als erfreulich. Leider verlief meine Landung damals ein ganz klein wenig holprig, was zur Folge hatte, dass man meinen Absturz bemerkte und mich, da ich dabei bedauerlicherweise ohnmächtig geworden war, einfach gefangen nahm. Das war übrigens in der Nähe von Roswell, diesem komischen kleinen Nest in New Mexico. Natürlich musste man der einfertigen Bevölkerung das Erscheinen meines schnittigen Raumschiffs erklären und erfand kurzerhand die allseits bekannte Geschichte vom verurrten Wetterballon. Pah, einem Wetterballon. Ich war also tatsächlich in Gefangenschaft. Somit war es also wieder fast genauso langweilig wie auf meinem langweiligen Raumschiff. Nur dass das Essen entschieden besser war. Ich entdeckte ein wirklich schmackhaftes Gericht namens Pizza. Lecker. Sehr lecker. Leider bekomme ich davon immer diese lästigen Blähungen. Die Militärärzte, die mich untersuchen mussten, waren schon ganz verzweifelt wegen des giftigen Gestanks. Moment mal, wie war das? Giftiger Gestank? Da bot sich mir doch tatsächlich eine Fluchtmöglichkeit. Scheinheilig betonnte ich meinen Peinigern gegenüber nochmals die absolute Genialität dieser Delikatesse namens Pizza und bat sie um mir davon. Viel mehr. Und diese unterbelichteten Vollidioten merkten natürlich nichts von meinen perfiden Plänen und telefonierten sogleich nach dem Koch. Und ich kann euch sagen, es hat funktioniert. Und wie. Nachdem ich innerhalb kürzester Zeit 15 von diesen äußerst leckeren Pizzen verspeist hatte, die Ärzte in der Militärbasis scherzten noch, ich sei wohl ihnen größer als außen, wenn sie wüssten, wie recht sie damit hatten, setzten schon bald die diesmal so erwünschten Blähungen ein. Einer nach dem anderen wurden die Leute um mich herum ohnmächtig und fielen um wie die Fliegen. Der Rest gestaltete sich als ein Kinderspiel. Dank meiner selbstverständlich überragenden körperlichen Fähigkeiten und nicht zuletzt gestärkt durch die vielen Pizzen konnten mich die paar Türen, die mir den Weg um die Freiheit versperren sollten, natürlich nicht wirklich aufhalten. Ich walzte sie einfach nieder und bahnte mir meinen Weg nach draußen. So gelang es mir schließlich, meinem Gefängnis zu entkommen. Nun war ich also wieder frei. Doch was sollte ich anfangen in so einem Nest wie Roswell, in wem die Leute so einfällig sind, dass sie ernsthaft glauben, man könne mit einem Wetterballon durchs Weltall fliegen. Da war ja sogar Jules Verne schon fortschrittlicher. Der hat seine Astronauten wenigstens mit einer Kanone zum Mund geschossen. Ich musste mir unbedingt etwas einfahren lassen, um von hier wegzukommen. Zur Not auch mit Hilfe einer Kanone. Zumal es auch langsam brenzlig für mich wurde in diesem Kaff. Denn so leicht wollten meine Hescher mich nicht gehen lassen. Mit einer groß angelegten Suchaktion waren sie mir auf den Fersen. Sie hatten sogar eine Belohnung auf meinen Kopf ausgesetzt. Auf meinen Kopf! Ich musste also untertauchen. Zu meinem Glück gastierte in der Stadt Gerata ein Zirkus, der mich begeistert als Attraktion unter seine Fittiche nahm. Und da Militärangehörige ja bekanntlich keinen Spaß verstehen und deshalb nie in den Zirkus gehen, bot sich mir somit zugleich die perfekte Tarnung von meinen Verfolgern. Mit der Zeit wurden meine sowieso schon überlegenen Fähigkeiten durch den Zirkus immer ausgefeilter. Doch wuchsten mir zugleich auch die Zweifel, sollte ich wirklich den ganzen weiten Weg durch den Weltraum zurückgelegt haben, um jetzt hier in diesem Zirkus zu versauern? Durch einen Zufall erfuhr ich, dass in der Nähe gerade ein Heißluftballon-Wettflug stattfand. Und da ich ja quasi Erfahrung mit Wetterballons hatte, beschloss ich, mich dafür anzumelden. Natürlich wurde meine Teilnahme ein voller Erfolg. Zunächst lief alles ganz ausgezeichnet bei meinem neuen Abenteuer. Der Heißluftballon nahm schnell Fahrt auf und ich kam gut voran. Dann jedoch tretete der Wind und ich wurde abgetrieben. Also vom Wind, nicht von meiner Mutter. Lange trieb ich übers offene Meer. Unter mir war nur Wasser. Wasser, Wasser, nichts als Wasser. Es sah bereits ganz danach aus, als würde mein kostbares Leben jählenden Fluten unter mir enden. Denn Schwimmen hatte ich auf meinen abenteuerlichen Reisen bisher nicht gelernt. Warum auch? Im Wildall kann man ja schließlich nicht schwimmen. Nun also ein nasses Grab. Wie trostlos. Es wurde immer mutloser. Doch plötzlich tauchten unter mir die unwirtlichen Eismassen der Antarktis auf. Souverän landete ich den Ballon und war froh, wieder festen Bohnen unter den Füßen zu haben. Jedenfalls zunächst. Dann wurde mir schlagartig bewusst, dass ich hier Muttersellen allein war. Da war sie also wieder, die Aussicht auf schirulendliche Langeweile. Urplötzlich wurde ich jedoch einer Gruppe eigenartiger Kreaturen gewahr. Vor Leute entsetzten geriet ich ins Strauchen und landete unsanft direkt vor den seltsamen Gesellen auf dem Boden. Piraten. Noch dazu Pinguin-Piraten. Auch das noch. In dieser Einöde musste ich natürlich ausbrechend auf Pinguin-Piraten treffen. Zum Glück gelang es mir blitzschnell umzuschalten. Ich stellte mich ihnen einfach als Piraten-Kollege vor. Und da Pinguine bekanntlich nicht besonders helle sind und ich so über die Maßen überzeugend sein kann, gingen sie mir selbstverständlich auf den Leim. Schnell vertrauten mir die Piraten-Pinguine so sehr, dass sie mich ihrem Anführer, Captain Blackbeard, vorstellten. Natürlich schloss auch dieser mich so gleich in sein Herz. Was sich jedoch noch als ein großer Fehler für ihn herausstellen sollte. Denn dank meiner guten Beziehungen zu den Pinguinen gelang es mir binnen kurzem eine Revolte anzetteln, die mich umgehend selbst an die Spitze der Piratengruppe katapulierte. Nun war ich also zum Piraten-Kapitän geworden. Wer hätte das gedacht? Schon bald stachen wir in See. Das Leben an Bord gestaltete sich herrlich für mich. Sicherlich war ich ja auch der Kapitän. Das Essen war gut und reichlich. Vielleicht etwas zu wenig Gemüse. Die Pinguine bekamen schon langsam alles Korbut. Aber mich schloss das nicht. Bis ich bemerkte, dass ich bedauerlicherweise sehr schnell seekrank werde. Wie ihr ja bereits seit meinem kleinen Pizza-Erlebnis bist, bin ich innengrößer als außen. Ganz besonders in der Magengehend. Das ist zwar sehr praktisch, wenn es darum geht, bei einer Party möglichst viel von einem leckeren Buffet abzubekommen. Aber wenn man seekrank und einem somit übel wird, ist der Magen eben auch sehr... groß. Und ich war nun seekrank. Und mir war übel. Und zwar so richtig. Und ich kann euch sagen, die Pinguine waren nicht erfolgt. So dermaßen wie damals auf hoher See hatte mein übergroßer Magen noch nie rebelliert. Noch nicht mal auf meinem transgalaktischen Flug, wo der Weltraum ja bekanntlich den meisten Überwesen auf den Magen schlägt. Und nun hin ich also hier wie ein Häufchen Elend über meinem Eimer und beginnete den längst verdaut geglaubten Mahlzeiten der letzten zwei Monate. Die Piraten-Pinguine schüttelten nur angewidert die Köpfe und meinten, so etwas wie mich hätten sie noch nicht gesehen. Was ja auch stimmte. Und auch als Kapitän wäre ich mehr als ungeeinigt. Was meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht stimmte. Und so schmissen sie mich mitsamt meinem Eimer einfach über Bord. Lange trieb ich mit meinem Eimer, an dem ich mich verzweifelt klammerte, über das offene Meer. Wenigstens wurde es langsam wieder etwas wärmer. Dennoch schien meine Lade mehr als aussichtslos. Doch als ich schon beinahe alle Hoffnungen aufgegeben hatte, wendete sich schließlich doch noch alles zum Guten. Zunächst war ich ganz euphorisch, endlich wieder Festland unter den Füßen zu haben. Doch dann realisierte ich, dass ich auf einer einsamen Insel gelandet war. Und zwar auf einer wirklich einsamen. Kein McDonalds, kein Handyempfang, kein dauernd nichts. Und das, obwohl ich nach der ganzen Kotzerei langsam wieder Hunger bekam. Es war grässlich. Es war brutal. Es war entsetzlich. Ich war gefangen in dieser Einöde und bekam das Gefühl, das einzige lebende Wesen auf dem Planeten zu sein. Nur noch entfernt konnte ich mich daran erinnern, wie es war, mit anderen zusammen zu sein, geschweige denn mit ihnen zu reden. Ich begann bereits, Selbstgespräche zu führen, nur um überhaupt mal wieder eine Stimme zu hören. Und dieser Hunger. Als hätte ich angefangen, an mir selbst zu knabbern. So hungrig war ich. Und dabei war ich erst seit fünf Minuten hier auf dieser einsamen Insel. Und meine Situation wurde nicht besser. Auch nach weiteren zehn Minuten befand ich mich noch völlig allein und ausgehungert auf dieser von allen guten Geistern verlassenen Insel. Zum Glück verfügt mein Organismus über ein sehr nützliches Instrument, das ich jetzt zur Anwendung bringen konnte. Ja, ich habe immer noch ein weiteres Assentarmel. Was würdet ihr tun, wenn ihr, so wie ich, jetzt auf einer einsamen Insel gestrandet wärt? Eine Flaschenpost losschicken? Wahnsinnig werden? Oder einfach verhungern? Ich hingegen hatte eine viel elegantere und intelligentere Option, mich kurzfristig aus der offensichtlichen Notsituation hinaus zu katapultieren. Nämlich die temporäre Todelstabbel. Ja, ihr habt richtig gelesen. Wenn es bei mir mal brenzlig wird, kann ich mich so effizient totstellen, dass selbst meine eigene Mutter meine Beerdigung veranlassen würde. Das ist überaus praktisch. So benötigt mein Organismus so gut wie keine Energie und ich langweile mich auch nicht so. Gesagt, getan. So war ich nun also da und wartete auf ein Wunder. Und wartete, und wartete, und wartete. Wie wird es weitergehen? Hat er überlebt? Folgt dem Blog unter martinsschild3000.wordpress.com und bleibt auf dem Laufenden. Wie wird es weitergehen? Danke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wie wird es weitergehen? Lie案lich nein! Wie wird es weitergehen? Wie wird es weitergehen? Wie wird es im Unterlandschein? Wie wird es dem replyer Eggs genut werden. folded et Octronzen fluれた WIN Image. "... Musik Musik